Ha! Ha! Nein! Du mieses Dich! Hello, Bischofs! Hey! Ho! Ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Challenge! Und zwar werden wir heute das Unmögliche wagen. Und zwar spielen wir mit einem besonderen Texture Pack, was den Boden in Lava verwandelt. Das bedeutet, ihr seht es schon in-game, bestimmte Blöcke sind nun Lava-Blöcke. Das macht das Ganze theoretisch fast unmöglich. Sich normal zu bewegen. Mal schauen, ob wir die Challenge schaffen werden. Und ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr mehr davon wollt. Leid einen fetten, logischen Daumen rum durch. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe Stardex dabei. Hi! Zwei kleine Sachen noch, die ich anschneiden möchte. Ja, ich klinge etwas fertig. Das ist eine Kombination aus, ich bin ein bisschen müde und etwas krank. Und vor allem das Dorffest, was jetzt übers Wochenende hier war, hat mir ganze zwei Aufnahmen versaut. Man hat die Bassgeräusche bis ins Mikrofon gehört. Da könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das war. Ich schwöre auf alles, das ist die erste Runde, die ich mit diesem Texture Pack spiele. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie viel Lava ist. Die Challenge geht übrigens noch einen Schritt weiter. Ich habe mir überlegt, wenn einer von uns beiden die Lava berührt, muss er sein bestes Item wegwerfen. Warte, wenn ich den Slap habe, kann ich den da platzieren, kann mich da draufstellen und kann die Kiste looten. Komm schon. Ja. Okay, nice. Ich habe jetzt auch einen Steinschwert. Ich komme wieder hoch. Oh mein Gott, Stylex. Oh mein Gott, ich habe mich gerettet. Nein, ich habe... Okay, das war eine Aufwärmrunde. Wir starten ganz normal durch. Mom, 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 mom. Mann, was ist denn mit meiner Schimmelhund? Nein, hä? What the... Das war eine spannende Runde, würde ich sagen. Die Map sieht natürlich auch sehr interessant aus. Das Problem ist... Stylex. Ja? Da ist ein Block. Wir müssen versuchen, auf diesem einen Block zu laden. Ich habe es. Ich muss hier stehen bleiben auf... Weißt du, ich gewinne schon so nie eine Runde Skywars. Wie wollen wir denn so eine Runde Skywars gewinnen? Okay, ich lebe. Ich auch. So, weil hier ist direkt eine Kiste mit Sharpness. Ja, nice. Ich habe zwei Eisenschwerter. Komm runter. Ich komme. Ja, bitteschön. Wir müssen campen jetzt. Guck mal, hier unten können wir uns endlich bewegen. Ich habe uns mal so eine kleine Fläche gebaut. Okay, jetzt kommen sie. Ach nee, das bist du. Was ist das überhaupt für ein Block? Hier, ich hitze ihn direkt, wenn er da reinläuft. Ja. Oh, Achtung. Er kommt, er kommt, er kommt. Leider. Ja, ja, komm, 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 komm. Ja, wir haben ihn. Ich habe noch zweieinhalb Herzen. Einen offensiven Kill mal. Oh. Komm schon. Ja. Ja. Oh nein, der Goldapfel. Er liegt auf dem Lava-Block. Komm. Ah, ich habe ihn. Wie wollen wir kämpfen? Wir müssen jedes Mal so eine Fläche hier aufziehen. Oh, da wirkt jemand. Ah, ah, nein. Ey, das kann nicht sein. Verrückt, bitte komm zurück. Oh. Alles klar. Jetzt, jetzt. Nein, er hat mich runtergehauen. Nein. Ich glaube, wir werden niemals so eine Runde gewinnen. Das kann doch nicht sein. Du sagtest, hey, lass in die Mitte gehen. Schau dir die Gottverdammte Mitte an, Alter. Wo willst du dich da bewegen? Nein, 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 nein. Nein, ich habe die Kiste zugebracht. Bin ich denn hole? So viele Blöcke habe ich aber nicht. Ah. Ah. Nein. Du mieses Stück. Ich hätte jetzt eh mein Schwert wegwerfen müssen. Die Runde war aber schon besser als die letzten. Oh Gott. Die Mitte sieht genauso unmöglich aus. Warte, ich versuche auf dem dort unten zu landen direkt. Und. Ich bin da. Okay. Ich bin safe gelandet. Oh. Okay, ich habe es. So. Wie macht man das jetzt am dümmsten? Ich baue kurz so eine kleine Fläche. Oh. Achtung. Die gucken schon. Ich habe einen Bogen. Oh. Okay. Ich bin nicht auf der Lama gelandet. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Der eine ist übel slow. Wir müssen dort rein. Komm schon. Stylix. Stylix kommt ihr. Dann kriegst du noch. Komm. Nein. Er hatte nur noch zwei Herzen. Wir müssen offensiv spielen. Wir brauchen so gutes Equipment. Dass es dann keiner mehr irgendwelchen Schaden zufügen kann. Oh mein Gott. Stylix. Hier ist ja gar nichts aus Lama. Hey. Dass ich das noch erleben darfst. Stylix ist der schönste Moment in meinem Leben. Warte. Da kommen ganz viele. Da kommen ganz viele. Stylix. Aber jetzt haben wir das Equipment nicht. Das stimmt. Ist hier unten noch einer oder war das nur einer? Das war nur einer. Ah. Okay. Okay. Ich komme zurück. Du musst dich mehr auf die Blöcke konzentrieren als auf die Gegner. Ja. Das stimmt. Versuchen wir Richtung Mitte zu gehen. So. Oh. Die haben schon richtig gutes Equipment. Oh. Ich habe das Ding schon wieder zugebaut. Kist ist leer. Oh. Okay. Das ist doch haarscharf. Was machen wir denn jetzt? Wir haben kein gutes Equipment. Damit können wir nicht in den Kampf ziehen. Jo. Das versuchen D zu töten. Achtung. Oh. Komm schon Stylix. Komm schon. Ich sage dir. Der Server ist verflucht. Wie kriegt ja einer Knockback, wenn er mal Knockback kriegen soll? Wow. Nachdem wir die letzten zwei Maps so Glück hatten, kriegen wir jetzt wieder die letzte Abfuckmitte. Guck mal. Wir können uns ja nicht mehr auf dieser komischen Eisenbahn bewegen, weil dort auch alles aus Lava ist. Das ist ehrlich nicht wahr. Ein Schwert hast du? Ja. Pass auf. Pass auf. Oh nein. So, jetzt müssen wir nur noch warten, dass Leute die Runde kommen. Stylix, wie ist dein Tag so? Ja, ganz gut eigentlich. Deiner. Ja, eigentlich auch ganz gut. Bis auf, dass meine Stimme so ein bisschen Spiränzchen macht. Sonst alles ganz gut. Das ist die einzige große Fläche, wo wir einfach normal kämpfen können. Wir brauchen jetzt gutes Equipment. Und einen Haufen Glück. Glück. Okay, der eine Gegner ist schon runtergefallen. Ja. Ich überraschere den einen Alex von hinten. Gotcha, bitch. Ich wollte doch sein... Nein, dir kommt noch einer aus. Nein, so bist du. Ich bin auf der Kiste gelandet. Das ist mein Privatjet. Der kommt gerade zu mir. Bist du unten? Jo. Wow, hier geht es direkt weiter zu der nächsten Insel. Hä? Voll cool. Ja. Wir brauchen das Equipment. Okay, ich habe gerade. Ich muss dich zurückziehen. Ja, nein. Ich habe... Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast eine Lava gesetzt. Du hast ihn mit unserem Element getötet. Hier ist überall Lava. Ah, nein. Er schießt dich wieder punktgenau in dieses eine Feld, was nicht abgedeckt ist. Ja, also langsam. Jetzt so nach einer halben Stunde fängt die Challenge schon an, mir Spaß zu bereiten. Gibt es hier noch irgendwo eine Chess? Wir brauchen besseres Equipment. Das kann doch nicht sein, dass es hier nirgendwo Equipment gibt. Er macht doch jetzt keinen MLG Boost. Das habe ich auf Hypixel noch nie gesehen. Der tötet sich damit doch safe. Jo, das war der krasseste MLG Boost, den ich jemals gesehen habe. Geil. Meine Cam war genau da aus, wo übrigens der Action losging. Mit meinem Fuß habe ich die Runde gewonnen. Mit meinem kleinen Finger habe ich die Runde gewonnen. Nein, nein, nein. Das kann doch nicht sein. Jetzt hat sich Hypixel aufgehangen. Wir wechseln mal ganz schnell mit meinen telekinetischen Superkräften auf Gomme. Okay, Leute, wir sind mal schnell auf Gomme gewechselt, da Hypixel gerade irgendwie angefangen hat zu lenken. Ich weiß aber nicht, wie sich dieses Texture Pack auf Gomme verhält. Es kann genauso gut sein, dass jetzt alles Lava ist. Es sieht noch sehr entspannt aus. Ja. Damit hätte ich jetzt nicht... Alles klar, es sieht sehr entspannt aus. Komm schon, die Chess hole ich mir. Da ist übrigens keine Waffe drin gewesen. Es ist hier nicht irgendwo Diamanterz. Dann dimm erst mal das Boot hier, bitteschön. Das wird dich begleiten, das wird dir helfen, Stylex. Alles wird gut, Stylex. Du schaffst das. Pass bitte auf das Boot auf. Der hat fast Full-Dia und Dia-Schwert. So können wir nicht kämpfen, Stylex. Rückzug! Hallo! Oh! Nein, Stylex! Nein, 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 nein! Fuck! Es sind einzelne Stellen, die könnten uns zum Verhängnis werden. Ich habe gute Rüstung. Okay, der rennt weg. Lass ihn über auf so eine Holzfläche hier drüben gehen. Ja, ich komme. Hier war noch eine volle Chess. Hat er die Chess hier überhaupt gelootet? Was wäre ich drauf gelaufen? Die kämpfen, komm, drauf! Ja! Nice! Okay, wir haben das Equipment. Hier ist noch ein besserer Helm für dich. Ah, Achtung! Wir sind vergiftet. Weg, 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 weg! Von oben, von oben, von oben. Wir wurden von oben vergiftet. Oh, oh, warte. Ich habe aber hier einen Potz dabei. Oh, wie lange hält er die Vergiftung? 20 Sekunden! Okay, ich bin wieder auf der Holzfläche hier drüben. Komm, 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 Stylex. Nein! Stylex, das ist der Letzte. Stylex, komm! Ja, los! Los, mein Angelknecht! Yo, Alter! Ich bin tot. Stylex, es liegt an dir. Achtung, ja, komm, Stylex! Was tust du? Komm schon, Stylex, komm schon! Komme, was wolle! Es gibt keine Niederlage jetzt! Yo, Stylex, das ist die beste Map, die wir dafür bekommen konnten. Die Leute werden sich sonst was denken. Ich versiegel mal kurz die Lava. Von wo bist du? Du kannst nicht immer weglaufen. Ich habe Lava sonst. Oh, oh, warte. Hinter dir, hinter dir, pass auf. Nein, komm! Nein! Komm! Ja! Okay, der Star, weg, 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 weg! Ich bin wieder slow. Oh mein Gott! Ich sah gerade aus, Stylex, du musst diese Runde gewinnen. Du musst die gewinnen! Du hast einen verdammten Hint, Alter! Einen Hint! Yo! Das war's mit der... Der Boden ist Lava Challenge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr heute mehr dafür wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Stellt einen fetten, logischen Daumen rum durch. Und, wenn ihr kein Michael-Video mehr will, dass ihr verpassen wollt, dann stellt einfach mal den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen, logischen Video wieder. Bis dann, bleibt ihr logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao. 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 Ciao.